Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich die Erde aufkomme, kann ich etwas steigst. Das ist sicher. Was ist mehr da? Nicht etwas auszuweisen. Bist du wieder im Gleichen rein? Nein. Das sieht gut aus, Roger. Noch einmal vermutlich. Bist du weiter runter? Ja. Geh noch etwas runter. Jetzt siehst du den Bökel, den du nehmen musst. Da geht auch noch mehr. Du musst dort hoch, sonst geht es nicht. Ja. Das Problem ist, dass es jetzt immer runter ist. Jetzt siehst du auf. Kannst du zurück, Roger? Ja, Roger. Hier, dreht durch. Ja. Dann kommst du aber auch, wenn du weiter runter gehst, nützt es dir nichts. Ich komme mir nicht auf der runter. Ja, und dort rutschst du wieder rein. Das schaffst du nicht. Ja! Ja. 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 Ja.